So, was habt ihr denn schönes für mich? Kann ich alles später verkaufen? In eine nekromanten Kapuze. Die kann ich schon jetzt eigentlich ausrüsten, ne? Ich bin ja jetzt Level 9. Okay, kann ich Fähigkeiten nochmal skillen, tatsächlich. Dann skill ich die Sense nochmal. Und dann werde ich, ähm, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte bei Level 9, ich wollte gucken, ob ich die Ausrüstung tragen kann, was die so bringt, die nekromantenausrüstung. Fügt 15% hinzu, schwächt feindliche Angriffe, du hast Abwehr erhöht, nach dem Angriff auf einen Zombie. Fügt 15% Rüstung hinzu. Und schwächt feindliche Angriffe. Nehmen wir mal, gut, dann ziehen wir uns jetzt mal wie ein Nekromant an, würde ich mal sagen. Nein, ich finde das einfach mal ausschaut. So, du hältst 5 MP, wenn du deinen Gegner tötest, bringt was. Und du hältst 5 MP bei einem perfekten Angriff auf Zombies. Also ich denke mal, es werden noch relativ viele Zombies kommen. Ja. Aber bringt für uns Juju auf jeden Fall was. Gerade MP, ne? Oh, last chance, new kid! He's nothing without you! Walk away from this! Das ist nur ein Elf, ne? Kann das sein? Neue Nachricht von Jimmy, lese ich erstmal durch. Ich schreibe einen epischen Margarinital über deinen feigen Tod in dieser Schlacht. Bin nur noch gar nicht gestorben, was willst du von mir? Oh, da war das allgemein nur so. Das ist schmul. Okay. Das ist nur ein Elf. Ah, da kommt noch einer. Scheiße. Wo kommt denn der jetzt her? Egal. Ist auch Juden hierzu. Aber wie ich einfach mal ausschaue, das sieht mega bekloppt aus. Aber bringt ja was, ne? So. Professor Chaos. Alter, der ist schon tot. Leck mich am Arsch. Nicht blute, klasse. Klasse. Egal, ich töte dich jetzt. Das hast du verdient. So, Butters. Ach, Butters hat gar keine MP mehr, ne? Egal. Ich habe ja noch vier Tränke. Ich hoffe, die Gitter, die, ähm, die Mission ist bald mal geschafft. Geht ja schon relativ lange. Aber ihr hättet uns ruhig mal helfen können. Ich gucke nur halt zu. Neue Freundschaft. Bill und wie heißt der? Fosse. Fosse. Volle Fosse. Ich konnte es gerade nicht so schnell lesen. Ich will gleich mal nachschauen. Okay. Jungs Toiletten. Wir treten einfach mal. Wir treten einfach mal. Oh. Kacken. Dann kacken wir eben nochmal ins, ins Pissoir, wo man eigentlich nur reinpinkelt. Aber es gibt ja auch Leute, was man so hört und was man so sieht, ne? Äh, gibt ja Leute, die da, äh, ihr Geschäft rein tun. So, ich mach nochmal mit meiner, mit meiner Technik, die ich mir selber... Oh, scheiße. Ne, das hat ja mal so gerade mal so gar nicht funktioniert. Einmal noch. Ey, selbst mit funktioniert das nicht, ne? Ne, der Mann, ich hab's keinen Bock drauf. So, alle Kloten öffnen. Wo man sie so drin ist, ne lecker, alles voll geschissen. Wo es sieht aus wie eine typische... Schultoilette, ich meine, kennt ihr, die habt ihr auch seine Schultoiletten, die so ekelhaft versifft sind, wo es vollgekritzelt ist, weil es voll geschissen ist. Ich hab das ja, ich bin ja, ich gehe, bin ja... nicht oft auf Schultoiletten gegangen, weil ich das einfach immer für widerlich fand. Das ist einer der Gründe, ich weiß nicht, wo ist das bei euch auch so? Also, bei uns war es leider öfter so, dass Leute nicht vernünftig aufs Klo gehen konnten. Ja, warum auch immer. Neue Nachricht von Tweak. Lese ich mir aber später durch. Da ist noch ein Raum. Ach, der müssen wir sogar rein. Greife Cartman unter Kyle an. Was ist denn das jetzt? Soll ich mich auf die Seite von Jimmy, Stan und diesen komischen Typen hier schlagen? Oder soll ich doch auf der Seite von Cartman und den Idioten bleiben? Ich hab' mich already waiting, kill the Width! Ich ignorier das jetzt immer. Ich sammel erst mal die Kisten ein. Das ist viel wichtiger. Ich hab' ihn, der Gläubige. Das ist eine Waffe. So so Leute. ist aber total schwach oder pro 10 10 prozent schaden zu wenn du unter und 25 gesundheit bist ja bin ich das mann von ein auf angeber so dann machen wir das eben noch mal ich weiß es nicht auf welcher sein ich mich stellen werde einfach irgendwie gerade weil ich so oft gegen die elfen gekämpft habe wäre es ja eigentlich cool wenn ich mal rüber switchen würde und gegen kartman kämpfen würde aber irgendwie bin ich viel lieber bei kartman ich weiß nicht warum ich glaube ich werde es mal machen und riskieren werde jetzt einfach mal böse sein und den elfen gehören weil ich kyle und stan irgendwie viel mehr mag obwohl kartman ist auch nicht auch nicht schlecht aber ich werde jetzt mal kartman angreifen einfach mal so um mal was anderes zu machen was an neues zu wagen so dann kämpfen wir jetzt mal gegen kartman ich werde kein leichtes spiel sein karten kann ich mal versprechen ich meine konnte ich ein bisschen schaden machen als schauer hey was ist denn das für eine lame attacke also einfach mal 5000 leben wie soll ich nicht gewinnen jetzt ohne spaß und wie soll das denn gehen aber vielleicht habe ich ja irgendwie das muss ja möglich sein ich gebe mein bestes leute jetzt findet er mich an was geht denn bei dir bitteschön jetzt ist ja noch käsebällchen alter das kann ich gar nicht schaffen der kraft gleich noch mal an muss ich mich erst mal jetzt muss ich mich erst mal heilen so ich bin alleine toll was mache ich denn immerhin blutet er jetzt aber ist echt es ist kein kein leichtes ziel das kann ich ja schon mal sagen so macht dran drei stück habe ich noch was die reichen für den kampf ich muss mir jetzt sehr deutlich den arsch aufreißen um den überhaupt klein zu kriegen ok ich versuche es einfach mal aber er ist auch gegen alles gegen alles ist er stark irgendwie aber jetzt gab er nicht mehr wirklich viel an das kann ich eben nochmal nach dran benutzen sollte mich aber bald mal heilen das ist auf jeden fall auch wichtig mache ich das nochmal krass war aber nicht wirklich stark ne muss ich mich heilen er hat so extrem viele leben aber irgendwie ist es doch machbar man kann es schaffen wenn man sich nicht allzu blöd anstellt mach auf jeden fall schon ganz gut schaden ja so weit so gut ich hab glaube ich nicht mehr so viele machtränke und das ist sehr sehr schlecht leute kann ich denn eigentlich nur mehr zum guten bringen boah das ist da die david schleuder macht ja mal mega schaden ach du scheiße was ist das denn ja 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 läuft läuft oha 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 was ist denn das für ein kampf hier oh gott leute hier geht es ja mal um die um die wurst okay das war gut das war sehr gut boah das war ein kampf krass ey aber wie viel leben hat mir grad verloren okay okay ja grittings humans drow elves of zara klyde he took the stick while you've all been busy fighting amongst yourselves i have built a kingdom beyond your comprehension i prayed for a way to destroy you all and the solution came crashing down from the heavens oh no it's more of that green stuff with what i have found i shall raise an army of the dead i shall raise an entire army of darkness and kill the earth klyde but why i banished him to be lost in space and time and now he's all pissed off so you see fools i control the stick and the future of the earth klyde do you want a sandwich not doubt dad i'm making a ruler of darkness video whoever controls the stick controls the universe and my first deed is that i hereby denounce the human and the elf kingdoms and strip both kings of all their power ha 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 oh ha 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 mandate oh hello boys can we speak to cloud please oh klyde's out playing in the backyard with his little friends cool bed get it losers krass alles kopf krass krass greift die schule an quest erfüllt geht zurück nach hause ja leute gut damit hätte ich jetzt nicht gerechnet dass wir uns jetzt alle gegen wie heißt er noch mal verbünden kleid genau ja kleid hat den stab an sich genommen und dann baut sich jetzt eine zombie armee auf aus nazi zombie und ja und kopf krass ok bin ja mal gespannt wie es weiter geht ich dachte jetzt vielleicht das spiel endet schon aber damit hätte ich daran hätte ich irgendwie weiß ich bin kurz gewesen deswegen ja gut dass das nun mal weiter geht wäre sonst viel zu kurz gewesen naja gut leute ich hoffe es hat euch gefallen das war meine schöne mission auf jeden fall müssen erstmal zurück nach hause gehen aber das werden wir dann in der nächsten folge machen also leute danke ich gehe erstmal speichern danke für eure aufmerksamkeit so wo speichere ich denn mal speichere mal hier spiel speichern wir haben schon so viel geschafft oi 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 oi